Die zwei hier, die schönen Mädels, die rennen mir schon die ganze Zeit nach, die habe ich auf der Intertot-Messe kennengelernt. Genau, so sieht sie aus. Und wo sind wir hier? Im Wald. Lächeln. Die haben fast dieselben Zähne wie ich. Dankeschön. Ein Kommentar zum Thema schöner Sterben. Es ist doof, wenn man das auch mal auf den Toten auch noch einkloppt. Ist der tot? Aufschliegen. Er ist tot. Ja, ich bin ja tot. Wisst ihr, was ein Knüppelkreis ist? Da stellen sich alle rundherum und hauen da fröhlich drauf. Seid ihr bereit? Lasst eure Schilder rein. Ja, ich bin ja tot. Untertitelung. BR 2018 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 Geil! 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 Ge